Königin Camilla verübelt es Prinz Harry offensichtlich, sich als »liebevoller Sohn« aufzuspielen. Nächster Aufreger im transatlantischen Schlagabtausch. London, die ganze Welt blickte geschockt nach Großbritannien, als König Charles, 75, über den Palast seine Krebserkrankung offenlegte. Auch Prinz Harry, 39, entsetzte die Nachricht. Der Herzog jettete ohne Zeit zu verlieren mehr als 5000 Meilen, ca. 8047 Kilometer nach London, um seinem Vater trotz Dauerstress zur Seite zu stehen. Doch das Treffen dauerte kurioserweise nur 30 Minuten. Dann verließ der Monarch Harry und sein Heim, um nach Sendringem aufzubrechen. Ein Insider gibt nun Königin Kamias Sicht, 76, auf das Treffen wieder. Zunächst gab es Hoffnung, König Charles und Prinz Harry könnten sich annähern. Zunächst hatte es geheißen, Prinz Harry habe Camilla nicht bei dem Vater-Sohn-Treffen dabei haben wollen, doch inzwischen kommt ans Licht, was nur jemand herausposaunen kann, der die Szenen im Clarenz-Haus beobachten konnte. Prinz Harrys Treffen mit dem König hatte in der Öffentlichkeit neue Hoffnungen geweckt. Es könnte zur Versöhnung zwischen Palast und Ex-Royal kommen. Besonders, als der Herzog von Sussex letzte Woche in Kanada erklärte, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich dankbar. Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen Merkur.de-App. Alternativ bietet auch unser neuer WhatsApp-Kanal Beste Unterhaltung. Auf Umwegen über Radar Online dringen im National Inquirer ganz andere Töne hervor. Ihre Majestät, Camilla, war wütend, dass Harry aus seinem noblen kalifornischen Haus eingeflogen kam, ohne die Genehmigung des Palastes eingeholt zu haben. Sprich, Harry kam heimgeflogen, ohne sich angekündigt zu haben. Camilla sei von dieser, hoppla jetzt komme ich, Haltung, empört, gewesen. Schließlich wolle ihn niemand zurückhaben, habe sie verlauten lassen. Laut Insider brachte Prinz Harry bei Königin Camilla das Fass zum Überlaufen. Die Quelle fügte hinzu, die langjährige Geliebte an der Seite des Königs könne es nicht ertragen, dass Harry, die Krebserkrankung ihres Mannes als PR-Kampagne nutze, um sich als »liebenden Sohn« darzustellen. Das hätte das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich habe gehört, dass sie Harry nach der Vater-Sohn-Wiedervereinigung gesagt hat. Er sei eine Schande für seinen Vater, die Familie und die Monarchie, und sie ließ keinen Zweifel daran, dass niemand ihn hier wiederhaben wolle. Es wäre zumindest eine Erklärung, warum Harry nach nur 25 Stunden in London bereits den Rückflug antrat und das Treffen nach nur 30 Minuten vorbei war. Man muss aber auch berücksichtigen, dass Harrys Beziehung zu Camilla seit jeher auf wackeligen Beinen stand, wie der Herzog es auch in seinen Memoaren, »Spare«, beschrieben hat. Sohn